The normal one mit bester Laune. Kein Wunder, nach dem Sieg gegen Jose Mourinho's Manchester United bleibt Liverpool in England ungeschlagener Tabellenführer. Es war eine der besten Leistungen, seitdem ich hier in Liverpool bin, um ehrlich zu sein. Die erste halbe Stunde war herausragend. Wir haben nur einmal getroffen, aber keiner erwartet, dass du drei-, vier-, fünfmal triffst. Ich sage nicht, dass die Chancen nicht da waren, aber wie wir gespielt haben, war einfach perfekt. Die Spieler haben alles gegeben und wenn sie das tun, bin ich nie frustriert oder sauer auf sie. Ich habe ein gutes Gefühl. Sie spielen ihren Qualitäten entsprechend, genau wie der Gegner seinen Qualitäten entsprechend gespielt hat. Sie sind schnell, aggressiv, intensiv und physisch stark. Das erste Tor, was für ein Tor. Das war brillant, genau wie man es machen muss. Fantastischer Pass, super Kontrolle und fantastischer Abschluss. So sollte es sein. Ein fast perfekter Abend für uns. Das 3 zu 1 der Reds, wieder einmal eine Demonstration der Stärke. Und in England freuen sich alle auf den 3. Januar. Dann gibt es das Duell mit Manchester City. thedı прос sampling番 der Stärke. Dann halten sich alle auf die Stärke und schwerkat und nicht zu bedroom ideieren. Dann haben Sie das Duell anges suggestions,